einen wunderschönen guten abend ihr lieben hallo so ich wollte mich jetzt einfach mal bei euch allen zurück melden es ist ja doch seit dem live richtig richtig viel passiert letzte woche montag hatten wir das live mit der sabine ich wollte euch erstmal sagen dass es eines der lives war was mich sehr 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 ermutigt hat alles weiterzumachen wie wir es machen und ja dass ich ganz ganz stolz war auch mit ihr zusammen das machen zu können und ihr hat es so gefallen auch zu merken dass ihr da alle so mit dabei war und dass ihr damit mitgemacht habt dass sie sich angeboten hat jetzt jeden letzten montag im monat mit uns ein live zu machen wirklich um auch eure fragen zu beantworten um euch mit ein zu integrieren wir würden dann immer mal in die runde fragen was ihr denn gerne für themen haben möchtet welche themen wir angehen können und gucken dann dass wir jeden letzten montag im monat ja praktischen live machen wo wir uns dann darüber unterhalten weil ich finde einfach ihre energie so stark und ich finde sie so klasse und so ausdrucksvoll dass wir uns das vorgenommen haben ja dann als nächstes gibt es die ausstrahlung am zweiten dritten glaube ich oder am dritten zweiten um 20 uhr 15 im hessischen rundfunk und zwar geht es da um das thema trauma und traumatherapien ich werde auch mit ausschnitten aus dem aus der dokumentation werde ich auch mit dabei sein aber das ganze thema ist hochinteressant und man findet ganz ganz viele erklärungen wie traumatische erlebnisse abgelaufen sind aber auch wie man dagegen vorgehen kann also ich glaube es ist sehr sehr informativ zu schauen und ja es findet auch noch mal den termin auf meiner seite habe ich gestern gepostet mit video und ja dann hat sich gestern so jetzt geht wieder das licht aus das macht aber nichts ihr seht mich ja trotzdem weiter dann hatte ich ja vorgestern als ich dann gerade beim beim meeting war für unsere vereinsgründung waren wir ja gerade so weit fertig als mich dann sich nachrichten erreicht haben dass mein meine dokumentation gerade auf dem hessischen rundfunk läuft und das war wieder etwas wo gestern wo dann ja wo dann mein internet zusammengebrochen ist und wo dann die homepage so viele aufrufe hatte also es war richtig richtig viel wieder und das war unter anderem eine frau dabei mit der ich gestern morgen ganz 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 lange telefoniert habe die ich kann es überhaupt nicht beschreiben wir waren sofort auf einer wellenlänge und ich wollte euch sagen dass ich am internationalen frauentag am 8 märz einen ganz großen vortrag haben werde in mainz für den kompletten landkreis mainz bingen da wird ein ganz großer vortrag stattfinden und ich möchte euch einfach bitten dadurch dass ich mit die gästeliste bestimmen kann also das heißt die einladung auch mit verteilen kann dass ich euch bitten würde die aus dem landkreis mainz bingen kommen aber auch die wo vielleicht eine stunde entfernt wohnen ja sagt mir doch bescheid wenn ihr rechtsanwälte habt die eingeladen werden sollen wenn ihr verfahrensbeistände habt wo ich einladen kann wenn ihr richter habt wo ihr den namen habt wenn ihr wenn ihr das gericht habt dass wir da alles hinschicken können das würden wir alles fertig machen das habe ich alles schon so besprochen dass wir diese personen dann auch einladen ich bin jetzt gespannt in welchem rahmen das stattfindet weil es auf jeden fall auf 2g befristet sein muss weil es ja dann doch schon im märz stattfindet und wir einfach nicht wissen wie es dann vorangeht und damit unsere planung nicht wieder abgesagt wird ist es wichtig dass wir es erstmal auf 2g aufbauen ja das ist das was ich euch auf jeden fall sagen wollte was jetzt anliegt in nächster zeit und so wie ich näher ihre informationen habe werde ich euch die auch zukommen lassen wenn ihr bei dem vortrag dabei sein möchtet und auch aus der nähe kommt dann bitte sagt mir auch bescheid dass ich es aufschreiben kann weil dadurch eben die plätze auch einfach begrenzt sind und natürlich auch die ganz viele leute haben die sie dann dazu einladen wollen ja das war jetzt erst mal das zum vorgehen was in den nächsten was in nächster zeit passiert dann ja wie gesagt gestern für mich auch die schreckliche nachricht was ich ja auch in die gruppe geschrieben habe nämlich dass eine unserer frauen ja an einem femizid gestorben ist dass eine frau umgebracht wurde und das bereits schon letztes jahr ich möchte euch dazu aber eine geschichte erzählen und die ist mir ganz wichtig euch allen gleichzeitig zu erzählen das heißt es weiß auch ja niemand großartig ist sondern wirklich das ist jetzt das erste mal wo ich drüber spreche ihr seht alle im hintergrund meine jesus bilder und ihr wisst ich bin sehr gläubig aber manchmal passieren dinge im leben wo ja wo auch ich denke mein gott wo ist jetzt gott ja aber gerade jetzt wieder gestern nach all dem was passiert ist es ist der wahnsinn diese frau ist seit sechs oder ja sechs monaten tot ja und ich möchte euch einfach mal erzählen wie das zustande gekommen ist dass wir überhaupt davon erfahren haben es gab eine frau ihre beste freundin die den film femizide gesehen hat mit mir und hat gedacht sie schreibt mich einfach mal an weil sie gern der familie eine stütze sein wollte und ob ich ihr helfen könnte was sie tun kann um der familie der schwester und der mama eine stütze zu sein und ich habe zu ihr gesagt hör zu ich selber habe so einen fall noch nicht erlebt aber es ist schon so dass ich euch dass ich dir raten würde komm doch einfach mal bei uns in die gruppe und schau einfach mal rein und guck ob du nicht dort kontakte findest indem du es anonym schreibst oder auch öffentlich schreibst und schau einfach ob dir jemand helfen kann und sie hat gesagt das wird sie die tage machen und gestern morgen ist sie dann bei uns in die gruppe reingekommen und instinktiv hat sie den namen ihrer freundin bei uns in die gruppe eingegeben fragt bitte nicht warum ich weiß es nicht sie weiß es nicht sie hat einfach den namen eingegeben und hat mir stockt da der atem und hat einen beitrag von ihrer freundin gefunden bei uns in der gruppe und dieser beitrag ist so ausführlich geschrieben der ist vier diner vier seiten lang ja also ich habe es gestern dann auch ausgedruckt weil natürlich das auch alles dann weitergeleitet wird höchstwahrscheinlich an die staatsanwaltschaft und der anwalt wird sich dann bei mir melden weil ja auch sie das alles so detailliert was passiert ist in die gruppe geschrieben hat und am dritten zweiten beginnt der prozess gegen diesen mann wo es nicht klar war wie die lage ist die beweislage war sehr sehr schwierig auch aufzufinden weil dieser mann von anfang an so viel gelogen hat und sie hat alles hier in die gruppe geschrieben vier diner vier seiten lang und die freundin hat es gefunden das war wie wenn gott sie zu uns geleitet hat dass sie anhaltspunkte dafür finden als familie was da überhaupt alles geschehen ist und das was sie da geschrieben hat niedergeschrieben hat hat die ganze vorherige beziehung zu diesem menschen der sie letztendlich umgebracht hat auch erklärt und wieder gespiegelt und wir stehen jetzt im ständigen austausch wir schreiben uns die ganze zeit sprachnachrichten wir werden jetzt heute abend auch miteinander telefonieren sie lebt in amerika es ist zeitverschiebung das müsst ihr euch vorstellen sie lebt in amerika und hat hier die dokumentation gefunden von uns hat niemals gewusst dass die frau bei uns in der gruppe war und durch zufall passiert dann sowas ich finde das ist für mich ist das so eine ja es ist eine bestimmung ja und ich hätte niemals gedacht dass unsere gruppe vielleicht auch mal dazu da sein kann um so etwas eine aufklärung zu sein eine aufklärung zu schenken ja und das war wie gesagt nur ein post den sie abgesetzt hat und ich bin einfach nur sprachlos darüber und ich wollte das mit euch teilen ich wollte euch sagen dass ich zutiefst erschüttert bin über das dass wir überhaupt über sowas sprechen müssen dass es überhaupt so etwas gibt auf diesem planeten und mir ist einfach noch mal ganz ganz klar geworden gestern wie viel glück ich hatte wie viel glück ihr habt und dass wir das glück nicht herausfordern sollen und deswegen ist es ganz wichtig dass ihr euch immer und immer wieder gedanken macht ob ihr in diesen beziehungen verbleiben wollt dass ihr euch auch der gefahr bewusst werdet was solche beziehungen auch letzten endes auslösen können und auch ja wisst dass dass es wichtig ist dass wir diesen austausch haben und dass wir alle probieren so weit uns zu schützen dass wir heile ihr wisst wie ich das mein heile aus dieser situation wieder rauskommen ja für diese frau war es leider zu spät und sie ist immer in meinen gedanken und sie ist auch ich glaube in den gedanken von vielen menschen von euch da bin ich ganz ganz sicher von überzeugt weil es ist schon der wahnsinn dass ja jemand der meine gruppe praktisch gefunden hat jetzt da oben im himmel ist und ja dem zum opfer gefallen ist wegen was wir eigentlich alle hier sind und ich finde schon dass es wichtig ist dass wir darüber nachdenken und dass wir uns immer und immer und immer wieder sagen auch wie dankbar wir sein können dass wir hier sind und so schlimm alles auch ist dass das glaube ich das aller schlimmste ist was passieren kann das war deswegen was ich mich jetzt heute bei euch noch mal melden wollte und es kann auch sein dass die freundin selbst noch einen post absetzen wird euch auch informieren wird aber das natürlich alles erst eventuell auch erst wenn der prozess vorbei ist gegen den täter und auch nur wenn die familie natürlich dem auch zustimmt ich wünsche euch erst mal ein wunder wunderschönes wochenende vielen vielen dank fürs zuhören und ja allen ganz 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 viel kraft und danke dass ihr das vertrauen in die gruppe habt und danke dass ihr einfach alle zusammensteht vielen vielen dank eure svenja tschüss